Licht, die Quelle des Lebens, der Ursprung des Seins, eine Inspiration für Kultur und Wissenschaft, für Technologien, die unser Leben nachhaltig verändern. Für mich ist Licht etwas total Faszinierendes. Ohne Licht würde vieles nicht existieren. Es gibt ein Stück Wärme, Geborgenheit, Sicherheit. Ein Licht der Zukunft, das ist für mich Digital Light. Digital Light, die Revolution der Fahrzeugbeleuchtung. Eine Technologie, die für einzigartige Performance, Unterstützung und Inszenierung steht. Digital Light ist für mich ein ganz neuer Weg, mit Licht zu kommunizieren. Ein absolut sicheres, wichtiges Element im Bereich Fahrzeugtechnik und vor allem in der Beleuchtung. Unbegrenzte Möglichkeiten für eine ideale, hoch aufgelöste Lichtverteilung. Dank einer intelligenten Software lassen sich pro Scheinwerfer mehr als eine Million Lichtpunkte einzeln ansteuern. Jeder kämpft in der Nacht irgendwie mit anderen Sichteinschränkungen. Und diese Sichteinschränkungen werden verbessert durch Digital Light. Das ist einfach sehr bewegend auch. Licht als Ideengeber. Als Philosophie. Als Erleuchtung. Es macht ganz einfach Spaß und es ist faszinierend mit so einer Technik im Bereich Licht zu arbeiten. Man kann sich fokussieren aufs Fahren und alles andere wird einem visuell dargestellt. Lange Zeit war Digital Light eine Vision. Jetzt weicht die Theorie der Praxis. Präzision, Vielfalt und digitale Intelligenz. Bei blendfreiem Dauerfernlicht wird mit Hilfe von Sensoren die Umgebung analysiert, um andere Verkehrsteilnehmer ausreichend anzuleuchten und gleichzeitig deren Blendung zu vermeiden. Der Mensch als Mittelpunkt eines faszinierenden Konzepts. Licht bedeutet Sicht und Sicht bedeutet Sicherheit. Es zeigt uns ganz neue Dinge und auf die Sicherheit bezogen ist es extrem hilfreich und wir fühlen uns dadurch auch sehr, sehr viel wohler. Und das Wichtige ist, es funktioniert permanent. Kommunikation in HD-Qualität. Digital Light versorgt den Autofahrer visuell mit hilfreichen Informationen. Eine revolutionäre Technologie, eine neue Dimension des adaptiven Fahrlichts. Digital Light ist für mich ein Licht, das die Nacht ganz einfach zum Tag werden lässt. Da können wir uns auf sehr, sehr viele Dinge freuen. Vielen Dank. - Untertitelung des ZDF, 2020